Nix an einem Codex-Seiten und wie sowas, Tagebücher. Nein, man muss auch sagen, man hat da relativ schlechtes Sicht da drin. Oh, hallo. Ja. In der selben Meinung. Da drüben war nur kurz Besuch. Hab sie freundlich begrüßt. Der ist weg. Das ist Artillerie-Geschütz, das auf Matthäus' Einheit feuerte. Das musste ich zerstören. Er rückte also noch immer zur Festung vor. Ich musste dafür sorgen, dass er sie erreicht. Okay, er ist jetzt Artillerie-Geschütz zerstören. Oh. Oh. Upsi. Okay. Geht's auch relativ flott hier durch. Oh. Das war jetzt unerwartet. Hm. Geht das so kaputt? Scheint aber schon nicht mit zu schießen. Dann würde ich sagen, ab nach oben. Die gesamte italienische Offensive in Gefahr. Ich musste es einfach ausschalten. Geh mal da hoch. Au. So. Ey. Ich werde vor mich stellen. War es der Arsch oder ist der Kopf? Ich würde es sagen. So. Der ist weg. Und der ist weg. Hier ein Baller. So. Der weg. Der weg. Okay, gut. Das sind uns Kameraden. Ach, nee, 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 nee. Lass das mal. Also so ein bisschen Flammenwerfer. Halt die Klappe. Klappe halten, habe ich gesagt. So ein Flammenwerfer-Kameraden. Der mich jetzt nervt. Der ist weg. Das ist ein Flammenwerfer-Kameraden. Der weg. Der weg. Der weg. Du, auch weg. Auf. Wann wird hier noch geschossen? Meldet euch. Wow. Oh. Oh. Hä, hä. War so nicht geplant. Oh. Ich sehe den nicht. Ich sehe den nicht. Ich sehe den nicht. Okay, jetzt hat er das. Der weg. Der weg. Der weg. Okay, gut. Danke, Kameraden. Wir rücken vor. Falls ihr nichts dagegen habt. Ich will ihn dir nicht länger. So, der nächste Stück gemessert. Wow. Stirb endlich. Ja. Boah. Okay. Ich kann noch einmal nachladen. Dann haben wir noch. Ganz zwölf Schuss. So. Okay, ich soll mit nachladen, demnächst. Jippe. So. Nachdem wir durchspringen, nichts klank zu kriegen war. Okay, wir müssen den da hinten erledigen. Aua. Da ist der Heldraht, da kommen wir nicht vorbei. So. Weiter. Weiter. Immer weiter. Da ist keiner. Es gab nur einen Weg, meine Männer zu retten. Ich musste das Geschütz zerstören. Okay, wenn der von mir vorbeilaggt. Au. Hä? Von wo? Ach, komm. Klappe. Klappe. Was hältst du denn gar nicht? Boah, ich brauche etwas Hätteres. Ja. Feldhandtuch. Ist auf jeden Fall etwas Hätteres. Klappe. Oh, sorry. Ah, jetzt hat er das. Neben. Ach. ja also aufnehmen das geister daran ausgemacht klasse und das packt rum ist gar nicht aufheben super was nun haben die oben vielleicht irgendwas ich muss irgendwie zerstören abi deutscher weg klasse ich habe jetzt die aufgabe da unten was zu stören wo ich nicht aufnehmen kann ich hab sie schon gesagt ist mir keiner die mit so viel sparen können 3 4 5 feuer ja kaputt endlich sagts mal halt es diese explosion war für mich einer der schönsten anblicke des ganzen krieges aber noch war es nicht vorbei denn da war dieses flugabwehrgeschütz auf dem nächsten bergrücken dass unsere flieger abschoss das war mein nächstes ziel super ich habe kaum noch schoss der mit flugabwehrgeschütz daher dass sie das früher mal denken überlegen können jetzt viel verschossen von meiner munition schlimm na gut also auf zum nächsten oh hallo so das andere waren das zwei naja dann halt nicht so